In diesem Video geht es ein weiteres Mal um die Insolvenz eines Traditionsunternehmens, eines deutschen Traditionsunternehmens. Und zwar musste der Fahrradhersteller Prophet Mitte Dezember letzten Jahres Insolvenz anmelden. Das Unternehmen sitzt in Reda Wienbrück. Der Insolvenzantrag wurde in Bielefeld gestellt beim dortigen Amtsgericht. Guten Tag und herzlich willkommen bei InsolvenzTV Horion. Mein Name ist Ulrich Horion. Ich bin Rechtsanwalt in Dresden. Ich arbeite bundesweit auf dem Rechtsgebiet des Insolvenzrechts. Ja, das Fahrradunternehmen Prophet hat zuletzt 280 Mitarbeiter beschäftigt. Es hat auch E-Bikes konstruiert und produziert. Der Vertrieb der Fahrräder erfolgte hauptsächlich über Discount-Märkte wie Aldi und Lidl sowie über Baumärkte. Wir wissen nicht die Gründe der Insolvenz. Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit vor. Das heißt, fällige Verbindlichkeiten konnten nicht mehr bedient werden. Es erscheint möglich, dass die Produktionskosten erheblich gestiegen sind. Außerdem ist es möglich, dass von Seiten der Einkäufer erheblicher Preisdruck auf Prophet ausgeübt wurde. Denn es wurde beobachtet, dass in letzter Zeit die Prophet-Fahrräder zum Teil zu erheblich niedrigen Preisen auf dem Markt angeboten worden sind. Warten wir ab, wie es weitergeht. Über die Unternehmensfortführung können wir derzeit auch noch keine Informationen einholen. Der vorläufige Insolvenzverwalter wird die Sachlage klären und in seinem Insolvenzgutachten dann einen Vorschlag unterbreiten. Die weitere Frage ist jetzt, inwiefern Verbraucher, also Käufer von Fahrrädern, von der Insolvenz betroffen sind. Hier ist zunächst auf die vertraglichen Gewährleistungsansprüche hinzuweisen. Die vertraglichen Gewährleistungsansprüche hat der Käufer immer gegenüber seinem Verkäufer. Das ist also Lidl, das ist Aldi oder das sind die Baumärkte. Bei neu hergestellten Sachen beträgt die Gewährleistungsdauer regelmäßig zwei Jahre. Ab Übergabe, Abkauf also. Eine andere Situation ergibt sich, wenn der Hersteller eine Garantie abgegeben hat, also unmittelbar. Das kommt häufiger vor bei höherwertigen Kaufgegenständen. Diese Garantie würde den Zeitraum vom dritten bis zum fünften Jahr betreffen, wenn die Garantie Dauer fünf Jahre vereinbart wurde. Hier haben wir jetzt eine Deckungslücke. Diese Ansprüche können nicht mehr durchgesetzt werden. Es besteht aber die Möglichkeit, die Ansprüche zur Insolvenztabelle anzumelden. Sie nehmen dann an einer etwaigen Schlussverteilung teil. Die Ansprüche sind Insolvenzforderungen nach § 38 der Insolvenzordnung. Sie sind umzurechnen auf Euro nach § 45 der Insolvenzordnung. Man müsste also in einem Schadensfall zu einer Werkstatt gehen und sich einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Diesen Kostenvoranschlag würde man dann als Forderung zur Insolvenztabelle anmelden. Insolvenzforderungsanmeldungen sind im Übrigen möglich bis zum Schlusstermin. Das kann im vorliegenden Fall mehrere Jahre lang dauern, bis es zum Schlusstermin kommt. Die in einem Eröffnungsbeschluss mitgeteilten Anmeldefristen sind keine Notfristen. Wenn zu diesem Thema noch weitere Fragen sind, könnt ihr euch jederzeit gerne an mich wenden. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich bereits auf das nächste Video und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.